In diesem Video zeige ich dir, wie du in Logic Pro Tempomanipulationen sicher bewerkstelligen kannst, ohne dass es dir das komplette Projekt zerschießt. Also bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn es um das Thema Tempo, Tempo verschnellern, verlangsamen und so weiter geht, bekomme ich hauptsächlich zwei Fragen von euch gestellt. Die erste Frage ist, wie kann ich das Tempo in Logic verändern? Oder ich habe versucht, das Tempo meines Logic Projekts zu verändern und manche Spuren haben mitgemacht, manche Spuren haben nicht mitgemacht. Jetzt klingt alles komisch. Mir hat es das komplette Projekt zerschossen. Das wäre Problemstellung Nummer 1 und Problemstellung Nummer 2 ist, ich habe hier eine Spur, die habe ich ohne Klick eingespielt oder unser Drummer hat eine Spur ohne Klick eingespielt. Er hat Temposchwankungen, aber ich möchte jetzt diese Drummer-Spur dem Projekt Tempo in Logic anpassen, ohne dass es zu quantisiert wirkt. Und mit Smart Tempo funktioniert das nicht richtig. Natürlich gibt es da eine andere Lösung. Spoiler-Warnung, ja, die gibt es und ich zeige dir jetzt für beide Probleme die Lösung. Das Problem Nummer 1 ist tatsächlich, wir haben eine Tempomanipulation, die wir vornehmen wollen und jetzt hast du das Problem, dass manche Spuren diese Tempowechsel mitmachen und manche Spuren machen es nicht. Ich habe hier ein kleines Projekt und das klingt so und so weiter. Wir sind hier bei Tempo 82 BPM und nehmen wir mal an, ich möchte jetzt, ich sage mir, okay, das ist zu langsam irgendwie, ich würde gerne das Projekt auf 100 Beats per Minute laufen lassen und jetzt siehst du schon, jetzt hat sich was verändert und hören wir mal rein, wie das jetzt klingt, nachdem ich das Tempo einfach nach oben gezogen habe. Okay, das war schlecht, es funktioniert nichts mehr. Jetzt die Frage, warum haben manche Spuren diese Temposchwankung mitgemacht und manche nicht? Du musst dazu prinzipiell zwei Sachen wissen. Zunächst mal sind die oberen zwei Spuren hier Logic Loops oder Apple Loops und diese Spuren, einer davon ist ein Audio Loop, das ist eine Audiospur, das andere ist nur ganz normal eine Midi-Spur. Midi-Spuren machen Temposchwankungen in Logic sowieso immer mit, aber Audiospuren auch, solange es Apple-interne Loops sind, also Loops von Drittanbietern, da funktioniert es manchmal, manchmal auch nicht. Also, das ist wichtig zu wissen, Apple Loops, egal ob es Audio Loops sind oder Midi Loops, machen jede Temposchwankung mit, brauchst du auch kein Smart Tempo oder sonstiges, die werden immer mitgehen und es wird passen. Die unteren beiden Spuren hier sind aber in diesem Fall jetzt Audiospuren, die ich selber eingespielt habe und diese Spuren machen die Temposchwankung nicht mit, also war es jetzt. Und dafür gibt es eine ganz einfache Lösung und die nennt sich Flex Time, das gute alte Flex Time, das in Zeiten von Smart Tempo gar nicht mehr so oft gebraucht wird, aber hier kann es wirklich nützlich sein. Alles, was du jetzt machen musst und es wirklich so einfach ist, Flex Time einzuschalten und diese beiden Spuren hier zu flexen, möglichst im richtigen Algorithmus. Bei meinem Pad, also einem Flächensound, langgehaltene Noten, Akkorde, ist das Polyphon und das mache ich jetzt und du siehst, dass er hier mir die Transienten rausgesucht hat, wo er dann nachher die Tempomanipulation schneiden möchte. Das ist gar nicht so einfach bei so einem Flächensound und beim Bass gehe ich jetzt hier einfach auf Monophon und da siehst du auch, dass er mir hier die Transienten eingezeichnet hat und jetzt, wenn ich jetzt das Tempo nach oben ziehe, dann wirst du sehen, dass es diesmal funktioniert mit diesem einfachen Trick über Flex Time. Jetzt spielen alle Spuren schneller. Dieses Problem ist zunächst mal gelöst. Was du jetzt natürlich auch machen kannst, was ganz interessant ist, du kannst das Tempo komplett nach oben ziehen oder abrupt nach oben ziehen. Auch das ist jetzt hier über Flex Time kein Problem mehr. Ich gehe mal wieder nochmal ins Original Tempo bei 82 BPM. Wir könnten jetzt auch ganz einfach hier eine Tempomanipulation vornehmen. Gehen wir vielleicht einfach mal in den letzten Takt und ich ziehe es nur im letzten Takt auf 100 BPM auf einmal. Auch das funktioniert dann und du siehst, wie er hier hinten schön die Audiospuren zusammenstaucht und so zusammenrückt, dass es im Tempo passt. Schauen wir mal an, ob das alles funktioniert hat jetzt hier im letzten Takt. Okay, super, das ist also kein Problem. Was du natürlich auch machen kannst, ist, du kannst eine Temposteigerung machen. Wenn du hier jetzt oben in diesen Global Tracks, das sind die globalen Spuren hier oben, den kannst du übrigens, wenn du ihn nicht ziehst, hier oben über diesen kleinen Button hier anmachen, könnte ich jetzt nochmal eine Tempo-Event einzeichnen und jetzt kannst du auch eine Verschnellerung hier einzeichnen, also eine Tempo-Beschleunigung. Wenn ich jetzt hier einfach, jetzt siehst du, ich habe hier drei Pivot-Punkte, nennt man die. Wenn ich den jetzt hier rüberziehe, ich kann jetzt hier manipulieren, wie ich möchte. Wenn ich es gleichmäßig möchte, dann ziehe ich den einfach hier rüber und jetzt haben wir eine Tempo-Steigerung und auch hier siehst du wieder, gehen auch sowohl die Apple-Loops als auch die normalen Audiospuren schön mit. Wunderbar. Kommen wir zum zweiten Problem und das ist, wenn du eine Spur eingespielt hast von einem Mitmusiker oder sonst wem und diese Spur hat Tempo-Schwankungen beziehungsweise passt nicht genau auf den Klick. Hören wir uns mal dieses Beispiel hier erstmal an. Okay, ich habe jetzt das Problem, dass diese Spur hier schneller wird. Okay, dieser Drum-Loop oder dieser Beat hier wird schneller, so ungefähr ab Takt 3 und jetzt möchte ich gerne das Projekt-Tempo anpassen beziehungsweise ich möchte, dass der Klick mit dieser Tempo-Schwankung mitgeht. Das kann zum Beispiel passieren, wenn du jetzt mit deiner Band oder wenn du eine Band aufgenommen hast und du möchtest zum Beispiel die Live-Drum-Spuren verwenden und der Drum hat nicht auf Klick gespielt, hat jetzt Tempo-Schwankungen drin und du möchtest jetzt das Projekt-Tempo hier anpassen. Ich möchte jetzt also den Klick zwingen, diese Tempo-Schwankungen mitzumachen. Das heißt, ich verändere also jetzt nicht diese Tempo-Schwankungen der Spur, sondern ich verändere den Klick, ich passe den Klick an, an die Tempo-Schwankungen. Auch hier brauchen wir wieder die globalen Spuren. Ich habe es dir gezeigt, das ist oben dieser Button und in diesem Fall brauchen wir jetzt das Beat-Mapping. Das habe ich hier schon mal angemacht. Das Beat-Mapping, falls du es nicht siehst, das kannst du hier öffnen per Rechtsklick in die globalen Spuren. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel auch den Tempo-Track wegmachen. Hier kann ich ihn wieder hinmachen. So siehst du die globalen Spuren. Beat-Mapping habe ich jetzt aktiviert, dass ich es sehe. Und ein kleiner Hinweis noch, falls du diese Beat-Mapping-Spur hier nicht siehst, du siehst jetzt hier schon diese Spur, dann hast du die Region nicht markiert. Also ich klicke hier mal raus. Wenn die Region, die betreffende Region nicht markiert ist, siehst du die Beat-Mapping-Spuren nicht. Deswegen immer, zack, die Region markieren. Okay, jetzt habe ich hier einen Beat-Mapping-Track und was du jetzt machen kannst, ist, dass du die Transienten hier rausfindest. Und zwar gehe ich einfach hier drauf und gehe auf Transienten analysieren. Das ist jetzt wichtig für uns. Und jetzt siehst du schon hier, dass er die Transienten zum einen Mal analysiert hat. Das sind diese Striche hier. Und wenn ich hier durchfahre, siehst du jetzt oben schon einen mystischen, seltsamen, weißen Strich. Und das ist jetzt der heiße Scheiß hier sozusagen. Denn hiermit kann ich jetzt die Downbeats dieses Drum-Loops auf die Takte ziehen. Ich weiß also, mein Drum-Loop wird etwas schneller ab 3, habe ich gesagt. Und ich denke mal, das hier ist die Bass-Drum. Wir hören mal kurz rein. Okay, also ganz deutlich wird es bei Takt 4. Das hier ist meine Bass-Drum. Und hier ist aber mein Downbeat. Du siehst, die kommt hier schon ordentlich weiter vorne. Ja, und alles, was ich jetzt machen muss, ist, ich tue mal den Cursor beiseite, auf meinen Downbeat zu gehen, Takt 4, drauf zu klicken mit der Maus, festzuhalten. Und ich gehe jetzt auf diese Bass-Drum hier. Das ist die hier. Und jetzt siehst du hier, dass dieser weiße Strich sozusagen diesen falschen Bass-Drum-Schlag umfasst. Und wenn ich jetzt hier einfach loslasse, dann siehst du, zack, er hat den Downbeat auf die 4 gerückt. Das heißt, richtig spannend jetzt, er macht die Temponschwankung mit. Wir hören nochmal weiter. Auch hier ist es wieder so, der Downbeat, das ist meine Bass-Drum, ist zu schnell. Auch wieder klicken, anfassen, Downbeat rüberziehen. Und so kann ich jetzt gerade kurz weitermachen. Okay, das ist auch wieder zu schnell. Also auch hier wieder gehe ich auf Takt 5, halte den weißen Strich fest, gehe auf meinen Downbeat, das ist die Bass-Drum, und ziehe sie nach hinten. Machen wir das vielleicht noch einmal hier. Ich glaube, hier ist die Bass-Drum auch noch zu weit vorne. Zack, und ziehen das nach hinten. Und schauen mal, ob er jetzt die Tempo-Schwankungen mitgemacht hat. Was du hier auch noch sehen kannst, ganz gut, ist, dass hier das Tempo schneller wird, oben in der Tempo-Spur. Jetzt schauen wir mal, ob sich die Drum-Spur jetzt dem Klick anpasst. Ja, beziehungsweise andersrum, ob der Klick sich der schneller werdende Drum-Spur anpasst. So rum. Okay, ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert hat. Wir gehen mal hier rein. Und auf einmal passt es, und unsere Metronom-Spur folgt jetzt der Drum-Spur oder dem Guide-Track, den dein Drummer eingespielt hat oder wer auch immer. Das sind heiße Tipps, und ich hoffe, ich konnte jetzt etwas Licht ins Dunkel bringen, wie du Tempo-Manipulationen in Logic sicher machen kannst, ohne dass es dir das Projekt zerschießt. Wenn du weitere Tipps möchtest, wie du schneller, besser und effizienter in Logic arbeiten kannst, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere wertvolle Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv boosten kannst. Die Checkliste habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen. Also unbedingt runterladen. Ansonsten würde mich natürlich interessieren, hast du diese Tempo-Manipulationen hier gekannt? Hast du damit schon mal gearbeitet? Oder hast du dir auch schon mal ein komplettes Projekt zerschossen, weil du das Tempo schneller gemacht hast? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Ansonsten schicke ich dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann!